Liebe Follower, wir haben heute eine Aktion gemacht, wo wir mehr oder weniger ein bisschen versucht haben, sozial tätig zu sein. Meine Kinder kamen letzte Woche zu mir und meinten, abpass, 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 wir haben eine Spendenaktion vor. Ja, welche Spendenaktion, das sollen diese einfach mal selber erklären. Hallo Leute, wir haben in unserer Schule eine Aktion gestartet, wo wir Deckel gegen die Krankheit Polio sammeln. Polio ist eine Krankheit, die mit einem leichten Schnupfen hängt, mit einem leichten Schnupfen an und dann lähmen sich die Muskeln, mit denen man atmet. In Deutschland wurden wir alle dagegen geimpft und die ist auch ausgerottet in Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, warum frage ich nicht abpass, ob wir diese Aktion auch machen. Wir haben uns in den Köln getroffen, um Deckel gegen die Krankheit Polio zu sammeln. Wir haben uns in zwei Gruppen eingeteilt, eine Gruppe ist in den Kaufvertrag und die andere Gruppe ist in den Nettogang. Wir haben sehr viele Deckel gesammelt und geschätzt waren, dass 1500 bis 2000 Deckel. Wir hoffen, dass wir mindestens vier Kinder damit das Leben retten können. Liebe Freunde, für diese Aktion haben wir gar keine Anmeldung gebraucht. Wir sind einfach in die Läden gegangen und haben gefragt, ob wir dort unsere Deckel sammeln können. Also wenn ihr Läden in eurer Nähe habt, geht ruhig dorthin und fragt, ob ihr auch Deckel sammeln könntest. Denn es ist unglaublich, dass 500 Deckel ein Mensch leben retten kann. Und wie wir das jetzt haben wir über die Läden in den Köln getroffen haben. Amen.